Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 28. Spieltag steht an, es ist englische Woche, dementsprechend ist das etwas kürzer gehalten. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, es ist Topspiel BVB gegen Bayern, ich sag's nochmal dazu, ich bin weder Fan von Dortmund noch von Bayern. Das Ergebnis, das hier bei der Prognose rauskommt, ist von FIFA gespielt. Ich schneide das nur zusammen und kommentiere das, das heißt, ich habe nichts damit zu tun. In der Infokarte ist noch der Zweitliga-Podcast verlinkt, schaut da gerne rein auf meinem Zweitkanal. Ansonsten viel Spaß jetzt, danke fürs Reinschalten und los geht's, eben direkt mit dem Topspiel Dortmund gegen Bayern. Ohne Frage ist das das Topspiel des 28. Spieltags. Der BVB gegen den FC Bayern München. Wenn Dortmund nochmal in die Meisterschaft eingreifen möchte, dann sollte hier eine Niederlage absolut verhindert werden. Bestenfalls muss man die drei Punkte hier einfahren. Doch das erste Ausrufezeichen kam aus der Feder von Robert Lewandowski. Sechste Spielminute aus Spitzenwinkel testet er Roman Bürki, der ist schnell genug unten und klärt den Ball zum Eckstoß. Aus dem resultierte dann nichts. Der BVB musste sich hier erstmal akklimatisieren. Das Geisterspiel-Debüt gegen Schalke war ja hier zu Hause mit 4 zu 0 geglückt. Jetzt auch die erste Tor-Annäherung. Sancho. Über eine halbe Stunde schon gespielt, aber dann ein super Abschluss. Er stand heute in der Startaufstellung im Gegensatz zum Spiel noch gegen den VfL Wolfsburg. Doch Manuel Neuer zeigt eine herausragende Parade. Mittlerweile war es auch ein Topspiel, ein Schlagabtausch. Haaland wird nicht angegriffen, dann hält er selber drauf. Und was ist das bitte für ein Tor? 38. Minute. Zu zaghaft. Boateng, Alaba, Kimmich. Leist nur Geleitschutz und werden so dann bestraft. Aber es gab die Möglichkeit zum Ausgleich und Leon Goretzka nutzte diese. Wird von Kimmich bedient. Scheitert erst am herausragend parierenden Roman Bürki. Setzt sich dann im Kopfball-Duell aber durch und nickt das Ding ein. 1 zu 1 nach 45 Minuten ging so in Ordnung. Spannend und spektakulär war es mittlerweile auch schon zum Teil. Zweiter Durchgang. Nun der BVB wieder nach vorne. Delaney, Emrit Can. Zieht den Ball einmal zurück. Emrit Can. Das geht auch wieder zu leicht. Diesmal kann Manuel Neuer aber parieren. Da stimmt beim FC Bayern die Zuordnung wieder nicht. Aber dafür hat man dann eben hinten im Kasten Manuel Neuer. Wir bewegen uns in Richtung Schlussphase Dortmund. Die tendenziell bessere Mannschaft im zweiten Abschnitt der FC Bayern. Jetzt aber nochmal mit einigen Zeichen. Goretzka hat hier die Chance zum Doppelpack. in der 78. Spielminute. Aber Roman Bürki passt auf und kann den Ball parieren. Eckstoß nochmal für den FC Bayern München. Serge Gnabry. Kurz kommen und dann den Ball doch nochmal rausspielen. Kimmich mit der Flanke. Da ist Thomas Müller. 80. Spielminute. Das 2 zu 1 für den FC Bayern München. Da herrscht in der Verteidigung kurz mal Konfusion. Und einer wie Müller nutzt das aus. Und das ist das Ende des Liedes. Der FC Bayern München schlägt den BVB mit 2 zu 1 und sichert sich da möglicherweise mit schon die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Am Dienstagabend empfing Bayer 04 Leverkusen den VfL Wolfsburg. Die in blau gekleideten Wolfsburger wollten nach der 0 zu 2 Pleite gegen Dortmund ein Zeichen setzen im Kampf um die Europa League. Ginzek zu Xaver Schlager einmal zu Wout Wechos durchgesteckt. Und der setzt sich im Zweikampf durch gegen Bender und schießt in der 20. Spielminute das 1 zu 0. Nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. Es war eine Partie auf Augenhöhe. 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Langer Abschlag von Radetzki. Havertz setzt sich im Zweikampf im Kopfballduell durch. Bekommt den Ball von Bailey wieder. Havertz zu Diaby. Castils noch dran. Trotzdem der Treffer für Leverkusen. Das 1 zu 1 bedeutete dann auch gleichzeitig den Halbzeitstand. Das ging alles in allem in Ordnung. Wolfsburg musste sich ärgern, dass sie die Führung nicht in die Pause bringen konnten. Aber Leverkusens Druck war überwältigend. Im zweiten Durchgang Leverkusen aber zielstrebiger. Diaby schon wieder im Strafraum. Legt zurück zu Amiri. Die Partie war gedreht. 51. Spielminute. Wolfsburg in der Defensive etwas zu wild. Jetzt nach vorne, aber gefordert. Knapp 20 Minuten noch auf der Uhr. Maximilian Arnold hält den Ball dann zu Mbappu mit der Hacke. Schlager. Wehorst. Der Abschluss aber deutlich zu harmlos. Gar kein Problem für Radetzki. Der fischt den Ball aus der Luft. Wir springen in die Schlussphase. Der VfL Wolfsburg hatte nochmal seine Möglichkeiten. Widerschlager und Wehorst nochmal. Radetzki, der eingreifen muss. Der das 2 zu 2 verhindert in der 83. Spielminute. Und damit den Leverkusen dann den Dreier sichert. Danach kam nichts mehr. Leverkusen kann sich freuen über dieses 2 zu 1. Kam etwas glücklich zustande. Der VfL Wolfsburg spielte gut und hätte sich einen Punkt sicherlich auch verdient gehabt. Bei Frankfurt gegen München war nicht viel zu erwarten als Frankfurt-Fan. Zwischendurch wurde einem dann wieder Hoffnung gemacht, die sich die Eintracht selbst wieder einriss. Heute im Waldstadion der SC Freiburg zu Gast. Und die erste gute Möglichkeit gehörte hier gleich den Gästen. Nach knapp 10 Minuten musste Kevin Trapp eingreifen, um hier den Rückstand aus der Welt zu schaffen. Doch die Frankfurter machten am Anfang einen bedenklichen Eindruck. Die sind ja mittlerweile richtig tief im Abstiegskampf drin. Die Konkurrenzpunkte, zumindest teilweise. Frankfurt verbesserte sich dann aber über eine halbe Stunde, aber auch schon gespielt. Wir warten auf den ersten richtig guten Abschluss. Da ist er von Sebastian Rohde in der 35. Spielminute. Dieser Aufsetzer. Nicht ungefährlich, aber nicht optimal platziert. Noch eine Möglichkeit vom Seitenwechsel. Wieder über die rechte Seite. Zure, die Flanke abgewehrt. Rohde. Der nächste Abschluss für den Mittelfeldmann ist eben kein eiskalter Torjäger. Insbesondere nicht mit seinem schwächeren linken Fuß setzt das Leder hier über den Querbalken. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Der SC Freiburg begann stark, ließ dann aber auch gut nach. Und Frankfurt brachte seine Qualitäten ins Spiel ein. Der zweite Durchgang dann von Langeweile geprägt. Jetzt mal eine einzige gute Aktion. 74. Nikolas Höfler hatte die Chance, das Spiel nochmal auf den Kopf zu stellen. Aber Kevin Trapp parierte und hielt damit auch den Endstand fest. Es blieb beim 0 zu 0. Das war leistungsgerecht in der zweiten Halbzeit. Insbesondere ein äußerst mittelmäßiges Bundesligaspiel. Der Sieg in Freiburg war für Bremen überlebensnotwendig. Auch moralisch extrem essentiell. Jetzt gegen Borussia Mönchengladbach kam aber ein anderes Kaliber, weil es für Gladbach noch um die Champions League geht. Die müssen sie sich erarbeiten. Und zwar hart. Vierte Spielminute. Lars Stindl mit dem Abschluss ersetzte in der Startaufstellung den verletzten Mbolo. Der gegen Leverkusen bei der ärgerlichen 1 zu 3 Pleite früh vom Platz musste. Pavlenka mit der ersten Tat zeigte, auf ihn kommt heute einiges zu. Und dem ist er gewachsen. Knapp über 10 Minuten gespielt. Die Fohlen mit unglaublichem Druck und folgerichtig trotzdem mit dem 0 zu 1. Alassane Plea am zweiten Pfosten setzt er sich von seinem Gegenspieler ab. Michael Lang kommt zu spät und kann den Treffer nicht mehr verhindern. Bremen zeigte auch nochmal was. 10 Minuten noch bis zur Pause. Bittenkurt zu Milot Rashica. Die gefährlichste Aktion in den ersten 45 Minuten. Der Ball setzt nochmal auf, sodass es schwierig wird, den zu nehmen. Trotzdem macht Rashica da noch einiges draus. Aber er traf nur das Außennetz. 0 zu 1 nach 45 Spielminuten. Plea hatte bislang den goldenen Treffer erzielt. Aber Werder Bremen schaffte es zumindest auch mal nach vorne. Die Fohlen zogen jetzt aber nochmal hier an. Thüram. Aus der Drehung bekommt er den nicht mehr richtig rumgerissen. Gladbach kontrollierte jetzt mehr. Spielte nicht mehr so viel nach vorne. Dadurch konnten sie das Bremer Angriffsspiel aber auch ziemlich gut außer Kraft setzen. Die Schlussphase lief schon. Borussia Mönchengladbach wollte es jetzt zu Ende bringen. Neuhaus. Alles vorbei in der 87. Spielminute. Das vierte Saisontor für die Nummer 32. Da geht Veljkovic zu früh runter und kommt dann nicht mehr. Rechtzeitig hoch. 0 zu 2. Der SV Werder Bremen muss die Punkte gegen ebenbürtige Gegner holen. RB Leipzig zeigte mal wieder, was in ihnen steckt. 5 zu 0 fegten sie den ersten FSV Mainz 05 aus dem eigenen Stadion. Also aus der Opel Arena. Hier war es früh. Ein ziemliches Chancenfestival. Es dauerte aber bis zur 26. Spielminute zum ersten Treffer. Timo Werner. Im zweiten Versuch kommt er dann an Jahrstein vorbei. Aber die Hertha unter Bruno Labbadia erstarkt. Und so auch hier mit einer guten Offensivarbeit. Luke Bakio, Mateusz Kundia, der Ex-Leipziger, bringt den Ball über die Linie, setzt sich da durch. Gegen Klostermann vom Innenpfosten springt der Ball dann rein. Es war aber immer noch nicht Halbzeit. Leipzig nochmal im Vorwärtsmarsch. Leipzig über Werner und Paulsen immer wieder richtig stark. Timo Werner. Doch noch der Führungstreffer vom Seitenwechsel. Rune Jahrstein sieht hier im kurzen Eck etwas unglücklich aus. Drei Tore hatten wir also gesehen. Übrigens auch Kunia mit dem ersten Treffer für Bruno Labbadia. Im ersten Durchgang für die Hertha. Jahrsteins Abwurf kommt hier aber postwendend zurück. Das ist wieder Timo Werner. Werner, der hat einen Lauf, sein 27. Saisontor trifft auch aus jeder Lage. Und damit war die Partie vorentschieden. Hertha erholte sich nicht mehr. Leipzig mit der Möglichkeit noch einen draufzusetzen. Marcel Sabitzer aber scheitert an Rune Jahrstein. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Hertha hatte durchaus eine gute Leistung hier anzubieten. Aber Leipzig war eben eine zu hohe Kragenweite. Werner mit seinen drei Toren war klar Mann des Spiels. Hoffenheim spielte nur 1 zu 1 gegen Paderborn. Und der 1. FC Köln sicherte sich einen moralischen Sieg beim 2 zu 2 gegen Düsseldorf mit zwei späten Toren. Hier gegen die blauen Sinsheimer waren sie aber früh hinten gefordert. Und vor allem Timo Horn. Fünfte Spielminute kam an diesen Flachschuss von Florian Grilic nicht mehr ran. Das ging ja alles zu schnell für den 1. FC Köln. Die waren hier zu Beginn überhaupt nicht auf dem Feld. Aber vor dem Seitenwechsel nochmal ein Zeichen der Geißböcke. Durch Marc Uth. Hier von Cordoba bedient Marc Uth. Der noch einen Elfmeter verschoss sich bei seinen Mannschaftskameraden. Bedanken konnte, dass es trotzdem positiv ausging. Gegen Fortuna Düsseldorf. Hier trifft er den Ball nicht optimal. So, dass er knapp am Pfosten vorbeigeht. Nach 45 Minuten stand es 1 zu 0. Grilic eben mit dem frühen Tor. Bislang der Mann des Spiels. Aber erster FC Köln musste jetzt auch noch mehr machen. Das gab Räume in der Defensive auf. Und Hoffenheim konnte nach vorne noch mehr machen. 59. Spielminute. Ilas Bebu scheitert aber an Timo Horn. Das war jetzt aber mittlerweile eine richtig gute Partie von Hoffenheim. Die noch nicht wirklich überzeugen konnten. In der Corona-Zeit. Während der Bundesliga. Baumgartner zu Bebu. Muss hier in der 70. Minute die Vorentscheidung zumindest erzielen. Schafft es aber nicht. Setzt den Ball links vorbei. Doch die Geißböcke. Heute konnten sie nicht mehr spät zurückschlagen. Wie noch gegen die Düsseldorfer. Kadeschabek mit der Flanke. Ilas Bebu mit dem Kopfball. Und es war vorbei. 88. Spielminute. Das 2 zu 0. Für die TSG. Nett platziert. Horn mit den Fingerspitzen noch dran. Aber nicht mehr ausreichend. So endet diese Partie mit 2 zu 0. Hoffenheim damit vielleicht oben nochmal an den Euroleague-Plätzen dran. Das hat den Fortunen sicherlich richtig geschmerzt. 2 zu 0 bis zur 88. Minute im Derby führen. Und am Ende geht man mit nur einem Punkt nach Hause. Das waren schmerzhafte Erfahrungen für die Mannschaft von Uwe Rösler. Aber jetzt hatten sie gegen Schalke die Möglichkeit, Wiedergutmachung zu betreiben. Doch die Königsblauen hatten hier auch eine große Aufgabe. Das 0 zu 3 gegen den FC Augsburg war ein Tiefschlag für alle Anhänger von Schalke. Über eine halbe Stunde gespielt. Jetzt mal Fortuna Düsseldorf. Und Schalke weist defensiv wieder einige Schwächen auf. Das geht viel zu einfach. Düsseldorf nicht mit großer Bemühung nach vorne zu kommen. Den einen Angriff hier führte Tommy zur Perfektion aus. Es endete eben im Treffer. Schalke jetzt bemüht, weil man nicht komplett ohne was dastehen möchte. Für David Wagner wird dann die Luft sonst auch vermutlich irgendwann dünner. Weil es spielerisch häufig so aussieht, als gäbe es keine Verbesserung. Gregoritsch hier mal mit dem Kopfball. Der geht ziemlich knapp vorbei. Hätte den Treffer verdient gehabt. Schalke jetzt aber im zweiten Durchgang tatsächlich deutlich verbessert. Düsseldorf kam nicht mehr ins Spiel. Bekam keine Möglichkeiten mehr. Caligiuri über die rechte Seite. Hat auch viel Platz. Düsseldorf läuft nur hinterher. Alessandro Schöpf. 15 Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleichstreffer. Verdient zu diesem Zeitpunkt. Carsten Maier ohne eine Chance. Der Ball gegen die Laufrichtung. Das letzte Zeichen kam aber tatsächlich nochmal von Düsseldorf. Stöger quergespielt. Tommy scheitert an Schubert. Tommy noch einmal. Und ganz knapp vorbei. Der Lucky Punch liegt hier in der Luft. Aber wird nicht genommen. So endet diese Partie mit 1 zu 1. Fortuna Düsseldorf spielt zu häufig unentschieden. Und kann sich dadurch aus der Abstiegszone einfach nicht absetzen. Der FC Augsburg gewann mit 13-0 gegen den FC Schalke 04. Das erste Mal, dass Heiko Herrlich, der neue Trainer, auch an der Seitenlinie stehen durfte. Es ging gleich gut aus. Sie nutzten Fehler vom FC Schalke eiskalt aus. Nun war der SC Paderborn zu Gast. Kai Pröger mal mit einer Freistoßsituation. Keine schlechte Position. 15 Spielminuten waren hier absolviert. Sabiri mit dem Kopfball, der aber deutlich zu harmlos war. Für den FC Augsburg geht es darum, wichtige Punkte nochmal zu sammeln. Sich weiter abzusetzen vom Relegationsrang. Und auf den würde der SC Paderborn gerne noch kommen. Aber von Spieltag zu Spieltag, von Punktverlust zu Punktverlust, wird das unwahrscheinlicher. Hier hatte man aber die erste Hälfte klar auf seine Seite geholt. Nur man hatte es versäumt, den Treffer zu machen. Jasula mit einer schönen Direktabnahme. Der Mittelfeldmann, der schon 14 gelbe Karten in dieser Saison gesehen hat, trifft aber eben nur das Aluminium. So geht es mit 0-0 in die Pause. Das war glücklich für die Fuggerstädter, die wirklich kein gutes Spiel absolvierten. Und das zog sich auch so erstmal durch, bis in den zweiten Durchgang. Knappe Stunde jetzt von der Uhr. Pröger, Vasiljadis, Jasula. Abgefälschter Ball, schwer für Lute da zu halten. Er bleibt aber stehen und klärt das Ding. Wir springen schon in die 70. Minute. Saren Renn-Basé über die linke Seite. Bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Und wie es so kommt. Und Jamilu Collins mit dem Eigentor. Muss er irgendwie ran, weil dahinter Marco Richter kam. Der hätte das Ding sonst auch über die Linie gedrückt. Trotzdem ist das mindestens mal bitter. Für den FC Augsburg bedeutete das mehr Ruhe, mehr Sicherheit. Und die Entscheidung in der 88. Minute. Marco Richter macht den Deckel drauf. Paderborn war über 70 Minuten spielbestimmt, aber sie schafften es nicht die Treffer zu machen. Und dann verliert man halt mit 2-0. Die beiden Teams hier müssen sich erstmal schütteln. Union Berlin verlor das Derby mit 4-0 bei der Hertha. Mainz verlor sogar mit 0-5 daheim gegen RB Leipzig. Den rot gekleideten Gastgeber hatten eine ungewöhnliche Nervosität hier an den Tag gelegt. Quaisson zu Mateta. Gute Möglichkeit für spielbestimmte Gäste, die hier alles im Griff hatten, nur eben noch nicht den Treffer erzielen konnten. Union fand weiterhin nicht statt im ersten Durchgang. Wieder Mainz. Öztunali zieht den Ball einmal zurück. Danny Latzer. Gutes Auge für Pierre Kunde. Und das überfällige 0-1 in der 38. Spielminute. Vor Bayern Gigiwitz hinein ins Glück. Ärgerlich aus Berliner Sicht, aber man machte nach vorne zu wenig, beziehungsweise fast gar nichts. Und dementsprechend ging das 0-1 so in Ordnung. Jetzt zeigte die Mannschaft von Urs Fischer aber ein anderes Gesicht. Marius Bülter zieht den Ball durch. Das Rierson, 53. Minute, sein erstes Saisontor. Der Ausgleichstreffer etwas aus dem Nichts. Mainz wollte trotzig antworten. Pierre Kunde wieder mit dem Ball am Fuß. Diesmal ist er der Vorbereiter. Danny Latzer. Öztunali aus der zweiten Reihe versucht er es, aber scheitert an Raphael Gigiwitz, der den Ball da gut rauskratzen kann. Die letzte große Möglichkeit gehörte dann Union. Erst der Ball ans Aluminium. Szene noch nicht geklärt. Trimmel. Kunde nicht richtig dazwischen. Andrich Bülter. Nochmal die Chance. Doch Müller dazwischen. 87. Spielminute. Der Sieg lag in der Luft, wäre aber über 90 Minuten hinweg gesehen nicht verdient gewesen. Somit endet es beim 1-1. Beide Mannschaften ließen hier Möglichkeiten liegen, um sich den Dreier zu besorgen. Und so geht dieses 1-1 dann wohl in Ordnung. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten schaut noch beim Zweitliga-Podcast vorbei auf meinem Zweitkanal. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und Adios. Bis zum nächsten Mal.